Aber schön, dass du uns Bescheid sagst, bumm fliegst du raus. Ja, das könnte echt passieren, deswegen regt mich das ja immer auf, wenn die Spieker anfangen. Am besten gar nicht antworten. Hä, will ich ja auch nicht, aber... Ne, dass es dann heißt, bitte nicht darauf antworten, ich schreib dich an, sofern wir fertig sind. Warum haben wir nicht raus? Ich brauch noch Quick-Nik, weil erstmal noch, äh... Ja, so kann man's auch machen, Quick-Nik. Quick-Nik hat die Regel kapiert. Asue Koto. Hehehe. Alles klar. Alles klar. Zählt, zählt, ist mir jetzt egal. Pitcher Graffi. Chance vertan, die Kugel ist weg. Ja, da wollte ich hinspielen. Was geht das noch weiter, wa? Ja. Ich dachte nicht, dass du auf einmal stehen bleibst, weil ich dachte, dann kannst du direkt auf Haywan spielen, aber ich hätte auch einfach einen Abpass machen können. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Hallo, komm raus. Haywan. Nicht Haywan. Ja, jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt noch viele Bein leiten? Sie sind halt... Okay. Okay. Ich komm, lass sie jetzt ficken hier, weil es... ... ob geht am Weg sie... ...Multi-Deen-Counted. Oh, schade. Schade. Was? Ach, Ronaldinho, hast du wieder ins Auge gespuckt, wa? Währenddessen er daneben hier stand. Du bist aber auch fies, ey. So, ein ganz viel, ne? Warte mal. Warte mal. Hohe. Wenn die Fersen schießen nicht rüber. Ah, ja. Kann man im D1 mal richtig gut spielen, ey. Im Druck stand gehalten. Elfer verwandt. Sorry, Jungs. War's gut, dass das war. War's gut, dass das war. War's gut, was bis zur Preis gekriegt hat. Zweikum. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. So, jetzt sind wir ein bisschen konzentrieren und jetzt spielen wir die mal an der Wand. Die können nehmen. Marcel, bist du Sechser? Ja. Okay. Rubi? Ronaldinho? Warum nicht? Er hat sich den Ball verloren. Rot. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nicht. Ja, dann mach ich halt gar nichts. Warte. Da kommt der Steilpass. Hier geht's nicht. Schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Oh, schade. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Ist das Schlimi? Dennis? Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gute Defensivleistung. Angriffe abgewährt und muss nicht nicht gefährlich werden. Meiner meckert sich schon an, Dennis. Ja, meiner auch. Wunderdino. Wunderdino. Meier. Vielleicht direkt noch zurückzockst? Ah, Wunderdino. Ich stehe hinter dir. Ja, aber das war eigentlich schon richtig, zu schock zu spielen. Wunderdino. Der wird langwerfen. 500 m³. 40. D. Ich höre. Wie geil mache. gut aufgepasst vom Verteidiger. Freistoß und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt ja. wenn ihr dann mal schreibebar kriegt. Ja, teleportation. Achso. Weil nach links. der bot ist übrigens auch mal da gewinnt er den zweiten müssen uns jetzt mal langsam ein bisschen konzentrieren der war draußen das zu mehr mann und so selber auch schicht die Portia als Offiziter gibt's jetzt die Gelegenheit er geht nicht aus was er auf die Hand ist es geht ein Wurf der Ball ist im Haus ich decke mal die 10 von denen mit dem Arsch weg hast du den? ja und der Ball ist weg das war unnötig und jetzt holen wir uns Jungs und dann kontern wir den Ball wirft er gleich zum Gegner ja er schlägt mich raus fairer Einsatz hier schöne Flanke das macht der Klasse die Flanke gut abgefangen Jut die Ecke so kann man die Zeit hochbau spielen hier komm drei ich weiß nicht aber lass mich los du hast dich gelingt du hast dich gelingt du bleibst mit ok oh gut gemacht er hat den Ball erobert er hat man ihn doch erst an ne und haben wir nach dachte ich könnte er hätte zwei zehn Jahre er hätte mehr er scheint sich den Gegner zurechtlegen zu wollen der Ball läuft gut aber noch finden sie keine Lücke gute Freistoßposition das ist ne gute Schuss nerft mich das jetzt grad ja aber ruhig durch passt's noch mach mal hier eine Schussbahn genug mach dich schnell wieder rein soll ich irgendwas mit der Mauer machen? ich bin nach rechts genau bin ich sprung weil lass doch genauso ist gut da holt er den Ball zurück ich glaub du wolltest mich einspielen oder? was was für ein Rohr auf diesem Winkel der hat aber nicht genau gepasst fehlt das die Chance den Ball von da unterzubringen nicht wirklich hoch aber überragend gemacht es ist einfach so nicht bildlich gewinnen von unseres Spiel die seit morgen da sind alle bereit ja jo Counting kommt zu dir ne er steht es 2 zu 0 das dürfte ihm Ruhe geben Robben Meier der Ball ist weg sorry hab ich mich nicht angeboten mein Fehler der Ball ist weg jetzt ist jetzt ein Gegenangriff ja schon wird's jetzt gefährlich ja nice das steht nochmal da kann er sich die Ball holen ja was denn du in die eigenen Hälfte Zeitspielen machen jetzt? das ist ja das ist ja das ist so schleppend jetzt war das ist so schleppend jetzt war aber ne dick gemacht mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor da könnte jetzt ne Schaus entstehen gut abgeblut so wird nix aus der Flanke gut gemacht knapp aber gut knapp aber gut stark reagiert der Ball hat das Aluminium und das macht er ihn rein schieb mal hier weg, warte mal ich schläb mich jetzt die Flanke jetzt die Flanke die Flanke hat er sie bleiben weiter am Ball per Kopf abgelegt holy shit ach du du kriegst wohl das ist wegen mir nicht die Trommel gegangen das geht nicht Asui Koto so da wird es angezeigt vier Minuten zusätzlich sehen wir noch wir müssen uns jetzt nochmal ins Machen irgendwie wie weit schmeißen ihn direkt zu nach rein jo zum blau kopf direkt da kommt der Kopfball da kommt er mit dem Kopf dran aber der Ball geht daneben dieser Abschluss nicht präzise genug der Tücke ich bin schon dran an den hier gerne ist auch noch da vielversprechender Angriff mach den naja ne Ecke jetzt kommt die Taktik jetzt hier mit mit Vorlage oder sowas und dann ist los die das muss die mehr teils die mehr die 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 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 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 6 5 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